Unser Thema der Sendung ist Game of Thrones. Und damit hallo und willkommen zur 35. Folge der Online-Geister. Und bevor wir uns dem Game of Thrones Thema widmen, wollen wir euch vorhin noch auf den aktuellen Stand bringen. Online-Geister Hausmeistereien. Was ist denn so alles Schickes passiert? Also der Brexit anscheinend ja nicht. Der wird noch ein bisschen verschoben. Und ich habe wirklich überlegt, wir hatten ja in unserer letzten Folge Nummer 34 Thema Brexit gehabt. Da war ja noch Thema gewesen Ende März 2019, ganz wichtig noch anmerken, würde das kommen. Aktuell ist man, wenn sich nichts ändert beim 10., nee, 12. April oder sowas, also wäre es die Tage gewesen, aber es wird wahrscheinlich nicht so kommen. Dann gab es den 30. Zoom. Ich habe was für 2020 gelesen, haben Sie jetzt diskutiert. Ich habe aktuell auch heute, also mit Stand heute Morgen, heute haben wir den 11. April beim Aufnahmezeitpunkt, Stand heute Morgen war gewesen, irgendwann Anfang 2020. Ob es so kommt, das wissen wir einfach nicht, weil immer noch mal abgeschrieben werden muss, hier und her. Ich habe schon überlegt, ob wir so ein bisschen das begleitend einfach mal machen wollen. Und wenn der Brexit dann stattfindet, machen wir noch mal eine Sendung. Und dann können wir sagen, hier, damals vor so und so vielen Jahren haben wir schon darüber berichtet. Wir spielen einfach die Folge nochmal, liebe Leute, viel Spaß. Genau, können wir eins zu eins nochmal abspielen, das ist immer eine blöde Idee, so generell das Ganze. Es wird absoluten Chaos ändern, wenn sich nicht bald irgendwer einigt. Es ist einfach beschämend irgendwo. Aber fangen wir an. Irgendwer hat sich einen Spaß gemacht und die Meldung in Game of Thrones-Stil aufgeschrieben, denn Snapchat ist coming. Und zwar auf andere Plattformen coming. Also Snap Inc., der Betreiber von Snapchat, hat angekündigt, Snapchat-Stories auch auf anderen Plattformen als im Snapchat anbieten zu wollen. Und meine Bemaßung ist, dass das halt im Zuge dieses Aderlasses kam, den Snapchat-Adult musste, als bei Instagram-Stories eingeführt wurden von Facebook und später eben bei Facebook, WhatsApp und so weiter. Das war so 2016 rum. Da hat Instagram das ganze Jahr geklaut und das hat diesen Komet nach dem Aufstieg von Snapchat beendet oder zumindest gestaucht. Als jemand, der Snapchat nur von außerhalb kennt, auf welchen Plattformen gibt es denn Snapchat aktuell? Aktuell nur Snapchat, aber zum Beispiel auf Tinder ist es auch geplant. Da gibt es nur ein paar Screenshot-Beispiele. Ach so, jetzt nicht andere Betriebssysteme, dass es quasi von Android zu Apple und zu Windows und so geht? Nee, das gibt es ja sowieso. Also Android und iOS, also iPhones, da gibt es das sowieso schon. Die Idee ist halt jetzt eben wirklich, das Ganze zu öffnen für andere. So wie Facebook ja Anfang des Jahres gesagt hat, dass es ja seine Messenger von Instagram, Facebook und so weiter zusammenlegen möchte. Dass ich halt eben auch von WhatsApp jetzt dem Facebook Messenger schreiben kann. Das ist bei Facebook geplant und genauso will Snapchat anscheinend jetzt eben auch seine Snaps exportieren. Das ist halt diese Story-Funktion auch bei anderen Diensten, wie zum Beispiel Tinder, das ist aktuell zumindest bekannt, dass es das da geben soll. Also mach, präsentiere dich auf dein Tinder-Profil mit einer Snap-Story von Snapchat. Cool. Zweite Meldung. Lannister always pays a step. Jetzt ab September, nee, nicht jetzt, ab September mit S-C-A-S-E-A. Strong Customer Authentication oder du bist doch... Authentication. Authentication. Ich habe es von hier eh so schlecht gelesen, das ist so weit weg, das Skript. Also Hintergrund, ab 14. September werden Online-Transaktionen in der Europäischen Union verändert und sicherer gemacht. Also mit Antworten, zwei Faktor-Authentifizierung ist ja vielleicht bekannt, dass ich halt beim Anmelden auch immer ein SNS-Code oder sonst wie... Ein TAN oder so. Ja, einfach noch so eine zweite Authentifizierung brauche und das soll jetzt halt eben auch bei Online-Überweisungen kommen. Dass ich zum Beispiel, wenn ich mit Kreditkarte zahle, nicht mehr nur diesen Sicherheitscode bei der Kreditkarte brauche, diese dreistellige Nummer, die auch sehr anfällig ist, sondern zusätzlich... Lässt ein Sicherheitscode zum Beispiel? Das werde ich dir wohl sagen. Ich habe letztens so ein schickes, ganz kurz gesehen von jemandem seine Kreditkarte, die Rückseite hält, auch durch diesen coolen Sicherheitscode an. Er hat 007 als Sicherheitscode und man konnte Namen und komplette Kreditkartennummer durch die Prägung auf der Rückseite auch noch mit erkennen. Generelle Facebank. Macht das, macht das bitte nicht. Zeigt nicht euren coolen Sicherheitscode oder Kreditkarte im Internet. Macht generell sowas nicht. Also alles, was irgendwie vertraulich ist. Ich meine, ich habe heute und morgen zum Beispiel Thema Steuererklärung einen Kurs und da ist das auch sehr, sehr viel zum Thema Datenschutz, Datensicherheit. Aber bevor wir uns mit anderen Dingen auseinandersetzen, die von den Leuten keine Ahnung haben... Axel Voss, denn der weiß gar nichts. You know nothing, Axel Voss. Das ist jetzt einfach mal unsere, zumindest meine persönliche Meinung zur Abstimmung beim Urheberrecht. Hashtag Artikel 11, Artikel 13 Uploadfilter. Wer solche Fragen ablässt, wie Axel Voss. Minute 400 Stunden Videomaterial hochladen lässt, dann wird das natürlich schwierig. Und das muss höchstwahrscheinlich dann auch entsprechend technologisch oder mit Technik irgendwie dann auch entsprechend versehen werden. Uploadfilter. Ganz ehrlich, jemand, der sowas sagt, hat für mich nichts gerafft. Also wir müssen das technisch irgendwie mit Technik halt bewerkstelligen. Wo ich denke, jo, super. Du weißt total, was du tust. Das ist so wie ein Agrarminister, das müssen wir irgendwie mit Bauern machen. Oder müssen wir irgendwie landwirtschaftlich so mit Landwirtschaft dann für Essen sorgen. Es wäre gut, wenn da irgendwas wächst. Ja, also... Auf Dauer vorderlich. Ja, wieso wachsen? Ich meine, wenn die Spaghetti-Ernte dann wieder stattfindet, dann erntest du ja bloß von den Bäumen. Da gab es ja wirklich mal in den 50er oder 60er eine britische Dokumentation drüber. Beste Aprilfest der Welt. Ja. Und April, am 15. April findet, beziehungsweise wenn wir ausgestrahlt haben, fand die Abstimmung im Rat der Europäischen Union statt zum Thema Urheberrecht. Also so die letzte Instanz. Und dort beschäftigen sich die Agrarminister der EU-Staaten für den letzten Beschluss im Gesetzgebungsverfahren mit dem Thema. Ja, frag nicht. Frag nicht, es ist so. Es ist bescheuert, aber es ist so. Wir haben auch letzte Folge darüber gesprochen, man kann die Briten manchmal auch ein bisschen verstehen, dass man aus diesem Irrenhaus raus will. Ich finde EU immer noch generell eine super Idee und ich möchte auch drin bleiben, aber wenn man solche Sachen hört, denkt man sich doch, Leute... Ich vertraue Institutionen, ich misstraue Menschen. Die Gurkenkrummungsworten war so eine lustige Anekdote, aber jetzt wird es langsam irgendwie echt albern. Also ich denke mal wirklich Agrarminister, what the fuck? Also um jetzt mal wirklich rumzufluchen, das dürfen wir ja zumindest im Deutschen Rundfunk. Wir haben seit der letzten Veröffentlichung auch noch ein paar Quickies mit rausgehauen. Ja, du hast einen Survival-Strategie-Guide fürs Studium veröffentlicht. Drogen, Druck und Durchhalten. Im Sinne von... Du hast jede Menge Drogen genommen, du hast jede Menge Druck ausgesetzt und hast trotzdem durchgehalten. Nein, ich äußere mich zu den Themen Drogen, Druck und Durchhalten. Bevor wir uns dem Hauptthema wenden, ein kleiner musikalischer Rückblick auf das, was in der Serie passiert ist, wie es heute gehen soll. Zusammengefasst im YouTube-Kanal Noble Beast im Ultimate Birthday Rap Battle Game of Thrones. Dann